Ein großer Vorteil der Korrektur der Alterssichtigkeit mittels Monovision ist, dass man das Ergebnis 1 zu 1 vorher simulieren kann. Weiters benötigen wir hier keine komplizierten Ablationsprofile, sodass die optische Qualität hervorragend ist. Auch eine Nachkorrektur zu einem späteren Zeitpunkt ist hier überhaupt kein Problem. Ich lade Sie ganz herzlich ein, einen Termin zur Voruntersuchung über unser Online-System zu buchen. Diese Voruntersuchung ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einem Leben ohne Brille. Ich freue mich darauf, Sie bei ELESA begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auf den Weg zu einem neuen E-Mail-System. Ich freue mich auf den Weg zu einem neuen E-Mail-System zu buchen.